an Hallöchen und Herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von Prozent wie heißt die Welt und ein Glücks Perpetua er hat in er wird hier ins Geiden immer noch in in dem Dorf und Schott Stadt er so er ich bin gerade aus wo und warum nicht Leithaus und so Jack von Jack Paul und zumal der Alters schlafen wie sie er wird jetzt mit meiner Alters tag gibt er nach der Tüte diese Tüter Prozent nur eine Reihe nehmen darfst du ja nötig ich habe gleich ein volles Inf ich nehme nur das Essen mit er kommt du kannst noch ein paar Pfeile haben da ist die Freude an ich würde sagen gehen wir n und wollen wir hin von der Unterleidhaus und so und zu Jürgen Jürgen zu haben oder wollen wir hier noch hoch geht Prozent das ist dann erst für später wird noch nicht e alt zurück und sie auch mit uns hier ist scheiße wenn du nichts weiß wo du durch musst sie hatten die Schaffstau sonst aber Leithaus ist auch und wie Jakob machen wir Gründe Leithaus Leithaus ist sehr wichtig die Leithaus Spieße Zeit ohne Tax-Repack die Leithaus aus dem Leuchtturm oder ich will ja ich will vorlesen ich wollte und du ist mein Vorleser ich darf nicht nur mit die Schichtigen vor ich war einmal von langer langer Zeit zwei Helden die lieben mein Gott da immer Komplexe und nicht Lund Zellen seien es der Siegte B Samt Technikow ist es wird das Syrien System we are looking for someone who is brave enough to investigate okay also in der Zürich geht runter bis dort hoch oder runter hoch ja ich glaube ich bin und schuld die ausdicht bewundert ja ich will auch wo hat es sich doch mal geil aus hier er wird das lange dieses Jahr episch es ist in der Stimme ganz nett ist die Pistole ich habe so wie du heute in der Unterhaltung die zu russ er wollte die Kippen werden machen es ist ganz einfach nervig die Meister Kippen Benchini der Slamour erst so als sie für nicht die Request Lern Prozent wir kommen trotzdem weiter aber dafür Kraft nicht anpacken Kraft und Papa auch ich habe nicht mehr folgen wie noch nicht wollen du ich habe nicht acht was könnten mit leid 1 1 ja ich habe ich habe noch kein lieben so und davon blöcke platzieren facken schon und kommt später auch facken krisi da vorne ist ein leitern hier ist was mehr weg fack 11 da hat jeder popel der schnellen so jetzt hier haben wir so eine schöne analysation kanalisation er meine ich solche geht jetzt schon drunter nehm ich weiß nicht manchmal so langsam wieso bin ich dann mal zu langsam mal zu schnell also und übrigens wir spielen das ganze auf der 1 5 weil mein vollidiot hier nebenan zu unfähiges h ich habe ein level auf mann das ist dafür ist es seem to be blocken das ist keine ahnung aber da oben ist die unsere quest dann completed sozusagen da gibt es dann ja das hätte ich mir auch gedacht weil ich habe ja jetzt ein level und da können wir dann schatz holen da weiß ich noch da gab es nie also wir spielen das ganze auf 152 weil der black shadow hier der black shadow hier die 1 5 die 1 6 100 laden und ja ich hab's fast geschafft gleich gleich habe ich nicht mehr geklappt nicht mehr 1 5 das ist ja alles ganz gut aber im Moment bin ich noch dumm wie ein Kind die Leute hier durch keine Ahnung uns nennt die Höhle doch nirgends jetzt los da ich habe ein Jahr es ist es ist 3 mein Schatz mein Schatz bohrmann und war es hat mein Diamant mein Schatz ey hör auf ich bin fast tot du darfst das Gold haben ich hab dir auch das Eisen geklappt es ist Währung also Eisen Diamanten und Gold in Währung es lohnt sich nichts daraus was zu craften du kannst später viel billiger kriegst du die Dinge ok Lighthouse das haben wir abgeschossen so auch also dann wieder hoch dann wieder hoch ja ähm jo ich würde sagen jetzt gehen wir hier wieder hoch und gehen dann den anderen Weg ja beim Rest so eng wurde hoch und vor allem also ich sehe man in dieser Adventure Welt ist so gemacht dass das Leit ähm des Leiters muss man nicht machen man kann oder Frage warte 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 halt boah geil aus sich genießen er wollen wir erst noch darüber da hat sie dann hat sie noch so normale Häuser also unten gehabt am Boden die Klinik hier durch auch und immer hoch wie er hat er so aber aber ob es die übelst keine Kulisse es ist übelst geil alles so vieles und ja wie Alter, Buggy-Türen. Lol, Buggy-Türen. Mein Schatzzeug. Ich hab einen Brief bekommen. Lesen? Ja, ich bin dein. Melone. Oh, good. They've bridged the barrier. A team already went down and wiped some dynamite to get rid of the portal once and for all. Unfortunately, they left levers in a chest. In Erwin's house. Paul went to get one, but he never returned. It's a mystery, say. Da halten wir mal. Aber, weißt du was? Das hab ich nie ganz kapiert, was das genau soll. Da gibt's dann irgendwie so mega viel TNT, wenn du da runtergehst, in den Keller. Aber ich bin dafür, dass wir erst hochgehen, das ist kleiner. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. Erstmal hoch, weil unten gibt's dann wieder so ganz viel. Meine Milch! Das will man mit 10.000 Milch. Fisch mag ich aber. Ich will auch gucken. Ja, da gibt's mich nicht mehr, mich nicht mehr, unten durchbärmen. Nee, der ist schon gebärmt. Ich will was zum bärmen. Yeah, Milch, ich nehme mir ein paar mit. Können Sie Kuchen kratten? Im Komjetiven gett, Delay. Ja, ich hab schon Kuchen. Nehmt ihr alle Kohle raus? Ich hab schon... Ich hab schon... Es leer. Ja. Hab ich was zum Braten? Ja, hab was. Was? Spiegelei. Nee. Wär cool. Gibt es zum Motz dafür? Also, boah, episch Aussicht. Gehen wir runter? Ja, ich würd sagen, dem will ich schon noch. Ach, auch wenn ich das nicht ganz gecheckt habe. With a level, it's quite useless to go down there. Haben wir in Lava? Nee. Dann würde ich nicht hingehen. Ich hab sowieso nie gecheckt, was das soll. Das gehört, glaub ich, nicht zur Hauptstory. Hä? Das gehört, glaub ich, sowieso nicht zur Hauptstory. Äh, mal gucken, ich soll, soll ich mal runter? Äh, du kannst, aber es ist unnötig. Du brauchst wirklich Lava, das. Nein, ich glaub, so gibt es vielleicht sogar noch, schätze ich, bin mir nicht sicher. Aber komm, wir bleiben zusammen. Hast du ein bisschen Licht? Nee, hier noch eine Platte und das meine persönliche. Okay, dann mach ich mir kurz ein bisschen Licht. Cheekon? Klassen. Ach ja, das... Das hab ich mir auch schon gemacht. Ich hab ja Boote kaputt. Komm, wir gehen zu Floyds Residenz, das ist wichtig, das gehört zur Story. Wow, hier ist irgendwo. Lol, Creepo, Creepo, Creepo. Geh weg, komm, ich töte ihn. Eis auf dich getriggert. Ich hab getötet. Ich dachte mir, du bist so scheiße, in PVM. Oder PVM. Okay, mal den Netherrack durchchecken. Nee, da ist nix der... Da läuft nur 1000 Meter. Echt? Okay, komm, ich wie so unten brauchst du einen Schalter. Vielleicht gibt es, ich glaub, da gibt es noch einen Scherz, aber... Ja, scheiße. Ist nicht so wichtig. Du sammelst hier sowieso so viel Zeug. Und für drei Diamanten oder so lohnt sich's auch nicht. Chumrun! Eh, Anita, gibt Schleiter. Cool, es ist nicht so Chumrun-lastig. Es gibt so ein, zwei kleine Chumruns. Ja, ich hab alle, ich hab nur, wenn du die Fels bist, bist du tot. Hä? Wenn du bei den Fels bist du tot, ja. Oh, okay. Wirklich? Das... Und fällt man. Wo geht's hoch und hier durch? Irgendwo. Ey, alle weg! Wat, so. Alter, ver-bisst dich! Also geh mal raus. Warum momentan Kost voix auf Sочки Assim kosten. und nach den nächsten Punkten so weit geht später muss er noch am Friedhof da müssen wir noch mit einem Sitzel Schleuner Freizei Residenz Lüft und Lüftleutow und sie haben Schlesen Name ja trotzdem die Flüge ist da was er konnte hier in der Strasse Ohr Eibut und aber das ist ein Händler Statt 2 das habe ich gesehen die Lüge ist nicht weisen so auch noch vom letzten Jahr der Eisenbots die ironischen Schuhe wegziehen hast du den Prozent ich hab schon Floyd's Diary, she told me she wants to run away with me and this time she really means it. I've already prepared and hidden all of my savings in a cave at the sheep farm. Also, da ist die sheep farm und nicht in a cave. Tschüss, ich bin hier unten. Mongo. Kannst auch mal warten, ich wollte auch immer... Was ist hier unten, Mann? Hä? Gelbes Holz? Denk sie, wieso? Westgelbes Holz? Welten Holz? Ach so, ah! Boah, witz, ich will auch eins. So, Äpfel und Kohle. Das war gerade irgendwie ein bisschen verwirrend echt. Gelbes Holz, hä? Ich will keine Lederrüstung. Ja, ich hab zwei Betten. Hast du einen Leggings? Ja. Nee, hast du welche? Ich hab dir gerade... Hey, komm, warte, schlafen! Ja, aber das ist übelst geil mit dem Durchbild so durchgehen zu kein gelbes Holz. Bei mir ist es ganz normal. Ja, ich hab... Ey, gepennt, du Vollidiot, Mann! So, wir sollen zur Sch... Ich will voll lesen. Warte, warten! Ah, du bist noch kein... Komm. Ah, komm, 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 zu mir! Ich hab mich kurz in meine Lone rein. Ich hab mich kurz in meine Lone rein. Ja, ich glaub, das ist so. Ah, komm, 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 zu mir! Warte, kurz, ich... Ich hab mich kurz in meine Lone rein. Ich hab... Ist das die Schiebfarm? Oder das Klo? Schiebklo. Äh, wie kommen hier raus? Hä? Äh, es gibt einen Ausgang. Ach so, wir waren jetzt da... Ach, hier waren wir im Ausgang? Lol. Hä? Letztes Mal hab ich ihn ausgefunden. Ja, hier ist der Ausgang. Wir sind wieder eben... Hä? Was ist da drin? Meins, Kuchen! Aha, Kuchen. Hey, aber ich hab auch einen Kuchen. Äh, ich hab zwei Weizen, hast noch einen Weizen? Ne, ja, wir können welche zu holen. Ne, also, es heißt ja... Es heißt ja nix abbauen eigentlich. Äh, wir bauen nicht ab, wir hops nur drauf rum. Boah, das doch. Ne, Weizen darf man abbrauen, die hat sich dann das Potti. Da hat sich bei den großen Feld hat sogar eine Truhe mit Samen und, na, und Feldhacken. Das wenn, das nicht heißt, so darfst Weizen abbauen, dann... Äh, hier oben war mir jetzt schon oder fertig. Ja, komm, die gehen dort mal zurück. Dann muss ja noch ganz viele Häuser. Boah, die Map, sie bis gleich zum Kunden des Zeugs. Hm, man braucht einfach 10 Stunden. Und, 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 um sich für ein gewisses Neues Let's Play inspirieren zu lassen, weil... Was, was am Schluss können wir diese Map nehmen für ein Let's Play? Boah, das ist... Boah, ich hab mir überlegt, dass ich sie gespielt habe, aber da hab ich sie gelöscht. Ich hab, ich hab mir überlegt, ob ich, wenn ich sie durchgespielt habe, ähm, dann, ja, und sie dann... Also, das ist Singleplayer-Map einfach benutzen soll. Da, ich hab drei Weizen. Boah, wo die sind... Okay, die Fälle sehen übelst geil aus. Mhm, das ist übelst geil. Äh, geh nicht in das große Haus da. Warum nicht? Das findest du nicht so verspinnen, Zombies und Creeper. Äh, warte, eine Reihe, möchte ich, möchte ich noch machen, sonst... Du, und Ento Overtake with Creeper Game, okay. Statt Slash Game Rule. So. Weißt du, welche das... Ich hab, ähm, Mob-Greeping geändert, das... Creepern so nichts kaputt gemacht. Ganz kurz was getrunken. Für manche Inhalts hier. Och, ein schöner Haus, ja, ein bisschen am Arsch ist, gerade. Nein. Zwei Golden Gate. Iron Chest Plate, ab dem Jahr schon. Das war's, also, Iron Chest, oder? Ja, hab ich. Ich hab volle Eisenrüstung, außer der Hände, der ist Ketten. Ja, der Hände, Ketten. Aber der ist geil. Äh, wo bist du? Ich bin irgendwo da. Welcome to Irving's Place. Wir müssen doch irgendwas zu Irving, das wüsste ich noch. Und ich hab' ich'n Blatt kaputt gemacht. Bist du? In'em Hau. Wo? Da. Wo? Hier. Hier, wo bin ich nicht. Bis dann fällt, 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 da fällt. Ja, ich bin ein Feld. Und n'Fisch. Tja, der Schnellere kriegt die Items. Hui. Und der, der weiß, wo die coolen Items sind, der kriegt ne Map. War nicht, ähm, warte, warte, cool. Warte, hier bei dieser Aussicht, kommt zu mir. Ich lese hier ne'ne Geschichte vor. Mal wieder. Hast du zwei Hunger? Meine Schwester hat mich gerade gefragt, ob ich am Aufnehmen bin. Wie Gott. Hey, komm, ja, komm, ja, komm. Und ich habe sogar gesagt, sie soll die Stoppour starten. Ich liest dir ne'ne Geschichte vor. Paul's Diary. Of course, the end of the man, I just arrived to get the chat, Kurt, und dann machen wir nächstes Mal,'s machen wir nächstes Mal. What, 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 when I saw him running away with it into the old, my chefs behind Irvans House, I must get them back or the restaurant cannot be saved. Ah, ich weiß, wo das ist, was wir da machen müssen, wo gebrauchst du Cookies? Cookies? Ich bin hier oben schon am Ausräumen. Ich lese dir ne'ne Geschichte vor. Weg. Lödermatt. Okay, ich würde sagen, das war's wie für diese Folge. Ja. Warte, komm, komm. Ich hab noch was gefragt. Du hast wirklich alles durchsucht. Scheiße, ich geh mal hier raus, mach Gott nen Screenshot da. Das Screenshot da vom ganzen Stich ab. Und dann müssen wir hinter dieses Haus und dann was suchen. Okay, dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.